Ist das der Revolver? Ja, ne? Wo ist das kleine Kackvieh? Hä, ich hab doch drauf geschossen! Weißt du, manchmal weiß ich auch nicht. Nein! Ja, komm! Wo ist der andere? Ohne Fahrschein! Schnauze! Jetzt rede ich! So, wo ist der andere? Da! Die Dinger spucken auch nichts aus, ne? Ich hab gedacht, dass sie vielleicht mindestens irgendwie mal was ausspucken. Hygiene in den Topf! Na, steh's! Es war so klar, es war so klar! Bam! Kriegste einen auf dem Kopf! So! Kommst da auf den Kopf! Da kriegste auf den Kopf! So! Dann nehmen wir mal den hier und laden den mal nach! Und machen mal den hier! Aber! Entschuldigung! So! Äh, was? Sicherung erforderlich! Hä? Haben wir die gar nicht? Haben wir eine Sicherung übersehen? Verbrennungsanlage? Von da kamen wir doch! Oder? Wo müssen wir denn hin? Okay, alles klar! So! Haben wir schon lange nicht mehr, ne? Schacht! Schacht Krabbeleien! Woher weiß die, wo ich bin? Garnis Zustand verschlechtert sich! Sie müssen sich beeilen! Entschuldigung! Du hast gesagt, es ist nicht weit! Gefühlt ist das schon wieder 1000 Kilometer entfernt, wo ich hin muss! Hm! Na? Ist das wieder die Blinden? Wahrscheinlich, ne? Hä? Wo ist der? Hä? Was ist das denn? Ein Unsichtbarer? Achso, der! Ach, die Scheißviecher! Die hätte ich ja beinahe vergessen! Die hab ich einfach von meinem Gedächtnis gelöscht! Danke, die... Hä? Lässt du das sein? Du Schlingel! Hörst du auf damit! Hörst du auf damit! Alter, woher weiß der eigentlich, wo der mich sehen kann? Wenn er keinen Kopf mehr hat! So! Jetzt aber! Meine Güte! Ähm... Ja, nehmen wir mal die hier! Oh! Ja! Hör auf, jetzt Druck aufzubauen! Äh... Dr. Thaler! Ähm... Ja! Hier! Fortgeschafft! Aber das Subjekt scheint jegliche Intelligenz und Selbstkontrolle zu verlieren! Leitet das Subjekt an Mahler weiter! Vielleicht hält uns das Kohl vom Hals! Wette! Okay! Komisch! Achso, hier geht's gar nicht weiter! Dachte erst! So, wo müssen wir denn hin? Da lang? Ach da! Gar nicht gesehen! Habe ich noch zum Heilen? Ja, habe ich noch, ne? Erstmal eine Spritzehnenballch! So! Wir sind fast da! Immer 10 weiter! Ja! Achso, wir sind wieder zurück, ne? Wie komme ich denn... Ach ja, wir haben den... Die Sicherung! Da war was! Aber das mit der Sicherung, da gab's ja ganz am Anfang immer so Räume, wo man, äh, die Sicherung mitnehmen musste, zu so einem anderen Raum, toll! Leere Spinde, wow! Ähm, um halt so einen Secret-Raum freizuschalten, das wurde jetzt zum, zum, ab Mitte des Spiels voll wenig, da kam gar nichts mehr groß! Ja, ich verkaufe mal ein bisschen was! Da kam halt gar nicht so groß mehr, ne? Solche Sachen! So, was können wir denn nochmal leveln? Die Schrotflinte... Könnte wir die Magazin-Größe erhöhen? 900 Stabilität... Der Wolver, der ist jetzt nicht so pralle! Sturmgewehr könnten wir mal kaufen! Montage! Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat So, was haben wir denn noch? Äh, Magazingröße für 500 Nehme ich auch noch mit Nehme ich Okay Verstehe Gut Was haben wir denn noch? Ich glaube knapp 1000 haben wir noch, ne? Ja, 1016, was können wir noch machen? Schaden ein bisschen höher 1500 haben wir nicht Äh, naja Wir haben alles freigeschaltet, ne? Ja Hier, die Magazingröße mache ich mal Für 400 Und den Rest sparen wir wieder Richtiger Sparfuchs So Abgeschlossen Hm Sehr schön Beirren sie uns bald wieder Wäre schön, wenn er es sagen würde Ähm Was haben wir denn alles? Eins von eins Äh Hier Maschinengewehr Schauen wir mal, was es kann Oh, ne Kiste Wahrscheinlich irgendwie so ein Vieh drin Wetten? Äh, ich hab's gewusst Es war so klar Warum lasse ich nicht die Finger Von so einer auffälligen Kiste Die einfach vor der Tür steht Ich kann nicht rennen Ah, jetzt Okay Wir waren hier schon mal, ne? Ganz am Anfang des Spiels, glaube ich Oder? Ist ein cooles Gewehr Ja Wenn's jetzt noch mehr Schaden machen würde Huch Ja, der hat's wohl nicht geschafft, würde ich sagen Doch, wir waren hier schon mal Wir waren hier schon mal gewesen Ich meine ganz am Anfang Also ziemlich am Anfang des Spiels Waren wir auch in so einem Labor Diese miese Kiste Oh Na, welch ein Zufall, dass hier Propeller sind Und so ein großer Bereich Es war so klar Es war so klar Oh Gott Really, Alter Na, welch ein Zufall Bam Baseball Ich muss los Ich muss die Waffe wechseln Natürlich auf die vollkommen falsche alam VAT Baby Das ist Ich muss die Waffe Das ist Ich muss die Waffe Ich muss die Waffe Ich muss die Waffe Nee, das war doof. Habe ich noch einen Muni? Ja, drei Schuss, wow. Äh, warte. Au, nein, das war so klar. Au, au, lass das. Au, lass es sein, bitte. Ganz toll, nein. Oh, Mann. Mann, hör auf damit. Ach, ich komm noch nicht hier weg, Mann. Ja, muss los. Oh, ernsthaft? Wo ist meine Waffe? Nein, hör auf damit. Oh, leck mich fett, Alter. Ich hab doch gesagt, dass dieser Gegner noch mal kommt. Ey, das ist doch so eine Verwurstung. Es geht auf keine Kuhhaut. Jo, lass mich, ciao. Also das ist jetzt echt schon Gegner-Recycling, ne? Da liegt doch was. Ah, Schroff-Flinten-Muni. Juhu. Oh, hier ist zu. Du, du, du. Ich so hier so, er so da so. Ich so muss wieder Waffe auswählen. Und wo ist denn Schroff-Flinten-Muni? Da oben. Ich so hier so. Ich so da so Munition. Oh, geil. Aufstands-Flinten-Munition. Ich so wieder hier lang. Oh, ich so vielleicht den so. Lief da einer? Ne. Ähm. Ich den hier. Ich das machen. Und dann ich so. Aber er so juckt ihn gar nicht. Ich wieder hier so. Ich so das hier. Ich so wieder den. Und dann er so am Liegen. Ende der Geschichte. So. Okay, pass auf. Äh, ich hab Kisten gesehen, die würde ich holen. Den würde ich mal zerstampfen. Hammer, glaube ich schon. Wo waren die Kisten? Da sind die Kisten. Zwei sogar in der Zahl. Nehmen wir direkt mal mit. Ich würde gerne in den Propeller laufen, ne? Ist einfach so. Aber wir wissen ja, was passiert. So, war hier noch was? Ne. Außer eklige Wände. Hier auch nicht. Okay. Ist ja nicht weit, sagt sie. Guten Abend, DJ. NXTV. Grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du eingeschaltet hast. So. Ach, Mann. Schnarch. Was macht die Kunst? So. Ja, schön. Was? Verteidigungssysteme abgeschaltet. Okay. Gehen Sie rein. Schnell. Ja. Ja. Ich beeil mich. Oh nein. Finale. Oh, da liegt noch was. Mir geht's auch so weit. Supi? Experiment. Edward Bates. Okay. Schauen wir uns das mal an. Subjekt 324-980. Subjekt 324-980. Hören Sie mich? Mich hören? Hört ihr mich? Ich kann es hören. In meinem Kopf. Es soll aufhören. Es soll aufhören. Es soll aufhören. Das Fiat war's gedroppt in der Kiste? Was? Ernsthaft? Komm, jetzt eh nicht mehr zurückwetten. Ja, das hab ich mir gedacht. Schade, schade. Marmelade. Äh. Ah, der juckt mir die Rübe. Aua. So. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Hier sind auch wieder Zellen. Oh nein. Diese Tür ist doch dafür prädestiniert, dass es jetzt zum Finale geht. Oder? Jo. Sieht so aus. Na was wohl? Tic-Tac-Toe gespielt. Hier sind überall Kreuze. Ein Kreuz markiert die Stelle eines Schatzes. Ja, warum frage ich dich dann? Keine Ahnung. Oh, da sind welche. Gucken wir uns mal an. Ja, mit Sicherheit. Wenn denen das Gefängnis gehört. Mh, 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 mh. Hallo. Sie wollten wohl wissen, wie lange es dauert, bis man so ein Ding wird. Ja. Wahrscheinlich. Ach, guck mal. Hier sind Kreise. Das hab ich doch gesagt. Tic-Tac-Toe. Kreise und Xe. Gibt's nix zum Sammeln. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Hey. Was machen Sie? Ich sag dir, was machen Sie? Das ist nur ein Hemmstoff. Verlangsamt die Infektion. Die sagten, Sie können heilen. Kann ich. Mit Ihrer Hilfe. Aber Sie müssen mir vertrauen. Sie verschwenden Zeit und die hat sie nicht. Also, gut. Tun Sie, was Sie tun müssen. Bald wird sich alles aufklären. Ja, da bin ich aber ruhig. Lachen Sie erst mal das hier. Sie kennen die Aufnahmen. Sie wissen, was auf Europa war. Keine Ahnung, was auf Europa war. Ich war nicht da, als der Angriff stattfand. Nein. Aber Sie. Wollen Sie es wirklich erfahren? Ja! Verdammt! Wie Sie wollen. Was haben Sie gemacht? Ich gab Ihnen, was Sie wollten. Den Fluch des Wissens. Ihr Chor ist jetzt mit Ihrem verbunden. Oder wird es sein? Der Sync-Prozess läuft noch. Die Daten werden nicht direkt übertragen. Dafür aber Ihre Erinnerungen. Sie kriegen Ihre Antworten. Na gut. Und wie können wir Sie heilen? Nehmen Sie das. Und stellen Sie ein Gegengift her. Aber Sie brauchen eine Probe von dem Alpha des Wardens. Von seinem was? Vom Ziel dieses... Wahnsinns. Seines albernen Protokolls. Während des ursprünglichen Ausbruchs tat sich ein Kolonist, das Subjekt Null, dabei hervor, den Biophagen zu synthetisieren. Zu kontrollieren. Ja, das weiß ich von der Aufnahme. Etwas übergrößer. Stärker. Der nächste Schritt menschlicher Evolution. Leider wurde er bei der Arcus-Sterilisierung getötet. Und nun will der Warden die Bedingungen des ursprünglichen Ausbruchs replizieren. Und so Subjekt Null neu erschaffen. Als Subjekt Alpha. Indem er das Virus hier freigesetzt hat? Wie er immer sagt, Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aber wie kann er das denn? Das lässt sich niemals vertuschen. Er ist nicht allein. Er ist Teil einer Gruppe. Jahrhunderte alt. Sie wollen die Entwicklung der Menschheit. Sie... Sie wacht auf. Seien Sie vorsichtig, Jacob. Ist das Gegenmittel hergestellt, beinhaltet es die reine Essenz seines Alphas. Er wird es mehr wollen als alles andere. Es ist der Schlüssel zu allem. Was ist mit Ihnen? Ich war an all dem hier beteiligt. Ich kann nicht entkommen. Du bist es. Ja, gut. Was war los? Wo bin ich? Ist egal. Wir haben, was wir brauchen. Bringen wir es zu Ende. Los. Ja. Bringen wir es zu Ende. Wie fühlst du dich? Na, endlich. Als wäre da etwas in meinem Kopf, das die Kontrolle übernimmt. In your head. Warte doch, wir sind bald da. In your head. Zombie, zombie, zombie. So, Hallöchen. Salala Leopard. Ich grüße dich. Das ist aber ein Typ. Oder bilden wir uns jetzt... Oder bilden wir uns jetzt Sachen ein? Weil wir ihre Erinnerungen haben? Finale bei Callisto. So. Na dann. Der Aufzug ist dort. Der müsste uns zum Turm hochbringen. Ja. Okay. Aber nein, wir müssen erst 30 Kilometer laufen. Ich drücke den Knopf. Warte. Warte. Was ist denn eigentlich passiert? Licht war aus. Stromausfall. Ich erinnere mich nur noch daran, wie die Bruder uns angriffen. Maler hilft, es dir ein Heilmittel zu beschaffen. Und du verbraust dir? Hab keine andere Wahl. Ja. Anscheinend. Aufgeschlossen. Ich bin auch aufgeschlossen. Äh. Achso. Huch. Äh, was? Das sieht aus wie bei, äh... Wie heißt es denn nochmal hier? Das Free-to-Play-Game. Warframe. 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 Wie ein so ein Level. Oh, hier liegt jemand. Was ist auf Europa denn passiert? Also kriegen wir das noch erzählt? Oder erfahren wir das noch? Coles Triumph. Äh. Heute Nacht, während das Gefängnis schläft, werde ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich werde mal das Experimente freisetzen. Genug geredet. Jetzt werden wir handeln. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Computer. Kannst du Protokoll initiieren? Computer sagt nein. Ja. Okay. Ähm. Wow. Wir lassen einfach mal ein Virus frei. Und dann schauen wir mal, was passiert. Oder wie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Finale! Ähm. Was zur Hölle? Äh. Dani? Dani, wo bist du? Ich habe ein wenig Layer-of-4-Vibes. Hä? Warum konnte das Spiel nicht hier so anfangen? Voll cool. Was ein geiles Fahrrad. Oder Motorrad. Oder keine Ahnung. Äh. Der T ist fertig, junge Mann. Ja, das ist alles nur. Okay. Ich habe sie gesehen. Ja, 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 ich habe sie gesehen. Max? Max! Lass mich raus! Was redest du? Was denn? Das ist ein Spielruhe. Er wusste es? Hat er es verdrängt? Das war unsere Schuld. Lilly! Oh nein! Nein, nein! Nein! Oh nein, ich wollte dich beschützen. Das hast du nicht verdient. Das Kind. Europa war kein Terroranschlag. Sie haben das Bildmaterial manipuliert, um zu verschleiern, was sie im Black Island testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Ich hätte es stoppen können. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? Jakob, was ist los mit dir? Hey, komm schon, komm schon. Kann nicht. Doch, kannst du. Ist fast geschafft. Nein. Ich kann es fühlen. Hören. Im Kopf. Okay. Du bleibst hier. Ich komme mit dem Heilmittel zurück. Ich komme selbst zurecht. Lass ihn für seine Taten büßen. Ja, lasse ich ihn. Aber wir haben ja auch ein bisschen Mitschuld anscheinend. So, dann jetzt aber auf geht's. Ich komme. Dann die Sahne, ich werde dich retten. Von Danone. Oh, da ist der Kopf zerplatzt. So. Ich würde sagen, letzter 3D-Drucker. Vom Spiel. Was machen wir denn noch? Haben wir noch irgendwie was? Einen Injektor könnten wir kaufen. 900, 900. Ich glaube, der Rest ist alles eh zu teuer. Können wir was verkaufen? Oh ja, warte mal. Na. So. Okay. Wir könnten uns theoretischerweise jetzt noch was leisten. Das hier, die Stabilität für den Revolver. Revolver ist egal. Das hier, mehr Schaden von dem Sturmgewehr. Also von dem Maschinengewehr. Könnten wir erhöhen. Wir könnten... Ja, den Block des Nahkampfs erhöhen. Und den Blockbrecher. Aufladetempo könnten wir erhöhen. Vom Handschuh. Stabilität der Schrotflinte. Für 1, 2. Und dann gibt es ein bisschen mehr Schaden für nochmal 1, 2. Ich glaube... Ich glaube, ich mache das Sturmgewehr für 1, 5. Montage. Montage. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Entnehmen. Schön. Schönes Ding. So, jetzt haben wir noch 1043. Ähm. Komm, ich gönne uns mal so eine Spritze für 500. Ich habe noch nie so ein Ding gekauft. Ich kaufe jetzt einfach mal eins. Damit wir eins haben. So. Gut, den Rest behalte ich. Okay. Richtiger Sparfuchs. So. Warum liegt hier... Haben wir... Nachgeladen? Hier nicht. Wir kriegen jetzt jede Menge Stuff. Sieht zumindest danach aus. Automatikpistole. Das müsste... Die sein, ne? Ja. Gesundheitsriegel. Hier liegt noch Sprengstoff. Ja, wir kriegen jede Menge Stuff. Auf jeden Fall ist es ein finaler Kampf jetzt. Ja, da ist noch eine Kiste. Ha. Da ist auch noch eine Kiste. Na. Nochmal Gesundheitsriegel. Und nochmal Gesundheitsriegel. Was ist denn hier los? Oder kämpfen wir hier gleich? Wir kriegen verdammt viel. Das muss alles reichen, ne? Ich will es nur gesagt haben. Toll. Das Problem ist, die Gesundheitsriegel liegen alle hier. Ich weiß nicht, wie das gleich ist, wenn wir... Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo hingehen. Und jetzt? Okay. Haben wir alles nachgeladen? Für Sturmgewehr haben wir keine Munition. Okay. Ich bleib jetzt erstmal hierbei. Und können dann einmal wechseln auf die, ne? Okay. Alles klar. Ja, ähm... Und nun? Wo muss ich hin? Muss ich hier vielleicht das machen? Nein. Das war es nicht. Wo muss ich denn hin? Habe ich eine Tür übersehen? Huch! 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 Vielen Dank.